Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal beim Tele-Stammtisch, wo wir alle hingebungsvoll über die neuesten Film- und Serien-Releases sprechen, nur für euch, ihr lieben Hörenden. Ich bin mal wieder Lasse Vogt, bei mir ist Johannes, hallo. Und heute sprechen wir über den dritten und letzten Akt der zweiten Staffel von Netflix's Arcane League of Legends. Ich habe mir diesmal keine lustige Moderation ausgedacht, weil mein Gehirn ist gegrillt und ich muss das alles noch ein bisschen verarbeiten. Ja, man kann jetzt ganz groß auffahren und vielleicht so die Frage oder die These in den Raum stellen, ist damit die beste Computerspiele-Verfilmung aller Zeiten erstmal beendet. Ich weiß nicht, ob es die beste ist. Es ist definitiv so in den oberen Plätzen angesiedelt. Aber auf so einer emotionalen Ebene würde ich sagen, dass vielleicht für Last of Us noch die Nase vorn hat ein bisschen. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich fand auf jeden Fall Last of Us, Achtung, Hot Take, besser als die Spiele, weil, also ich fand auch die Spiele schon gut, aber da musste ich ja immer noch zwischendrin spielen und das hätte ich gar nicht gebraucht. Und dann hatte die Serie einfach, für mich war es das Perfekt. Ich dachte, sehr gut, da habe ich halt die geile Geschichte, fantastisch inszeniert und gespielt und mehr brauche ich ja nicht. Ja, das stimmt. Das war in dem Sinne eigentlich ein sehr guter Satz. Ja, weil auch ich, ich bin nämlich richtig scheiße bei Shootern. Ich kann nicht gut Shooter spielen. Und entsprechend bin ich da auch selbst auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad sehr, sehr schlecht bei so einem Spiel. Und außerdem macht mir ein Spiel mit Zombies zu viel Angst. Also war dann die Serienform genau das Richtige, obwohl ich das erste Spiel ein bisschen angespielt habe. Aber ich habe gemerkt, ich bin da einfach nicht gut drin und das ist zu viel für meine Nerven. Naja, aber vielleicht, wenn man bedenkt, was sie aus diesem Quellmaterial gemacht haben, was jetzt vielleicht nicht unbedingt super viel hergibt auf den ersten Blick, da kann man sagen, dass da Arkane da doch ein voller Erfolg ist. Und es sind auch, es ist eine Erwartung in Erfüllung gegangen, die ich schon am Ende von Akt 2 hatte, aber mit der ich nicht, über die ich nicht mit dir geredet habe. Uh, ja, dann hau doch mal raus. Weihe uns ein. Ja, und zwar habe ich da schon irgendwie gegrübelt, Moment, der Magier, der ihm da damals diesen Stein gegeben hat, ist das, und es stellt sich heraus, Job, Job, da hatte ich mir das richtig gedacht. Sehr schön, sehr schön. Genau, vielleicht hier nochmal der Hinweis, wir werden auf jeden Fall Teile der Handlung der Staffel oder Staffeln der Serie, kann man jetzt ja sagen, weil sie ist jetzt ja erstmal beendet, spoilern. Also, ihr seid gewarnt. Ja, das stimmt. Man kommt nicht drumherum. Ich muss sagen, der, der, die erste Folge von diesem Akt, ich saß da in der ersten Minute und dachte, holy fucking shit, das macht ihr jetzt nicht, aber auf eine gute, auf eine gute Weise, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, weil ich habe nicht erwartet, in was für eine Richtung das da geht und ich war, äh, sowas von invested die ganze Zeit. Wie, wie, wie hast du über diese Wendung gedacht? Also, grundsätzlich finde ich sowas immer ganz spannend. Also, ich bin auch Star Trek Fan und da passiert das ja auch immer mal wieder, dass sie in so Paralleluniversen, äh, hinein gleiten und da ist es immer das böse Universum und auf einmal tragen alle einen Bart, gefühlt. Und so ein bisschen ist es hier ja auch, nur dass wir gleich in der Folge zwei Versionen, beziehungsweise ich bin überlegen, ob Jace da in so einer Zukunft ist. Es wird ja so ein bisschen offengelassen, aber auf jeden Fall, sie sind nicht in dem eigentlichen Universum. Ich war nur ein bisschen irritiert, wie viel Zeit sie sich gelassen haben, weil das ja wirklich die komplette Folge ist. Das stimmt, es ist wirklich, weil wir werden mit diesem super dollen Cliffhanger zurückgelassen am Ende von Akt 2 mit, ähm, dem demutierten Wender und mit Jinx und Vi und so weiter und so fort und darauf wird in der kompletten ersten Folge von Akt 3 überhaupt nicht eingegangen. Aber das macht gar nichts, weil das, was sie sich dann dafür hier ausdenken, war so interessant und so einnehmend, dass ich ehrlich gesagt dann am Ende dachte, glaube ich, ich würde gerne noch länger hierbleiben sogar, ich muss nie unbedingt zurück zum Plot, aber dann geht's halt relativ dann doch schnell ans Eingemachte und wird ernst. Und ja, da, wohin es Jace verschlagen hat, das denke ich mal, ist tatsächlich die Zukunft von seinem Universum. Nämlich das so in der Art und Weise, wie sich das gegen Ende von Folge 3 entwickelt, da sieht man, ah, okay, gut, so passiert das dann. Und ich fand, das war alles sehr, sehr schlüssig, auch ein bisschen unheimlich durchaus und dadurch ist seine Haltung sehr viel nachvollziehbarer geworden, die er in Akt 2 hat. Ich weiß nicht, ob ich es in der Länge gebraucht hätte, aber gerade am Ende weiß man ja, warum, also diese beiden, ähm, ja, Handlungen sind essentiell für das Finale. Also da wird was aufgebaut und das, das merkt man dann halt später. Ich hätte, glaube ich, für mich hätte es auch kürzer funktioniert, gleichzeitig muss man, also es ist super schön, finde ich, mehr von Echo zu sehen, weil ich den, finde ich, hat man gerade in letzter Folge ja relativ wenig gesehen, das war einfach schön und tatsächlich, muss ich sagen, das war ja auch so ein kleiner Heartbreak-Moment, den die Serie da geschafft hat, dass, dass er und Powder, nicht Jinx, äh, da so eine Beziehung führen und das einfach, also es ist halt irgendwie das schönere Universum, ne, weil man denkt, also gut, Y ist tot, das ist furchtbar, aber es ist, da ist irgendwie in dem Moment dann doch sehr viel in Ordnung. Ja, es ist etwas passiert, äh, so wie sich das entwickelt hat und ich schätze mal, eventuell war vielleicht dieser Unfall, ähm, ein Grund dafür, dass, äh, sich dann vielleicht auch beide Seiten ein bisschen angenähert haben, weil man dann halt merkt, wie, wie gut es der Stadt geht letztendlich, beiden Seiten und das war sehr, sehr schön zu sehen und wir gehen da nicht super doll ins Detail, warum, das Wichtige ist einfach, es ist so und ich war halt auch super überrascht, ähm, äh, von einigen der musikalischen Entscheidungen hier, weil wir da auch, äh, einen, äh, einen sehr, sehr schönen Song kriegen, äh, gesungen von, äh, Heimerdinger, wo ich dann auch dachte, Moment, was, was machen wir jetzt hier und es ist so, so überraschend und es funktioniert so gut in diesem Kontext, äh, und hier, hier, in dem Akt fand ich dann eigentlich alle Songs ziemlich gut eingesetzt tatsächlich, aber es ist halt einfach die, gerade diese erste Folge von Akt 3 kommt da mit Dingen um die Ecke, äh, wo ich dachte, was, das kann doch nicht und, und vor allem halt das, was dann halt, ähm, Echo kann, das ist halt so viel, ich weiß auch tatsächlich ein fester Bestandteil von seinem Champion-Charakter in den Spielen, dass er so mit, mit Zeit spielen kann und so weiter und, äh, das fand ich halt im Prinzip halt so quasi die Origin davon zu sehen und, dass das dann alles irgendwie schlüssig ist und das fand ich alles doch sehr interessant. Ja, fand ich auch, ich finde die Serie, also ich hab dann jetzt auch nah geguckt, welche Champions so in der, in der Serie halt, äh, mitspielen, hab ich mal geguckt und was sie sozusagen so ein bisschen können. Ich finde, die Serie krieg ich sehr gut hin, also es ist irgendwie offensichtlich, dass es quasi jetzt so die, die Origin-Geschichte von seiner Fähigkeit ist, aber es wird halt schlüssig wieder erklärt. Also, ähm, es ist zwar eigentlich wirklich nur dieses, oh, wie, wie kommt denn seine Fähigkeit, aber es wird schon, äh, schön eingebunden und dann, äh, auch im Finale genutzt auf jeden Fall. Es zahlt sich auf. Ja, das, das war richtig, das war richtig klasse gemacht alles. Und halt immer noch der, der Plot mit der, äh, Hose etc., das fand ich ein bisschen gerusht, ehrlich gesagt. Weil dann ganz plötzlich ist dann diese Enthüllung mit, also diese, diese Entwicklung von einem Charakter in etwas sehr, sehr Mächtiges, wo ich mir dachte, irgendwie ist das nicht ganz ausreichend vorbereitet worden und das hält für gute Momente her im Verlauf des dritten Akts, aber das, das sorgt auch und das sorgt auch für einen guten, ähm, Konflikt zwischen, äh, zwei Personen, äh, der, der natürlich dann auch sehr gut funktioniert für das Drama, aber das ist dann einer von den Aspekten, wo ich mir dachte, hätten wir das unbedingt, das, 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 das nimmt so ein bisschen den Fokus weg von anderen Sachen, die vielleicht etwas mehr Entwicklung hätten gebrauchen können. Ja, ich, ich bin da bei dir, also ich mochte das vor allem jetzt die, die letzte Folge, da wird ja nochmal wirklich alles auf den Tisch gepackt, aber man merkt schon, also ich hatte schon das Gefühl, die haben in den letzten, also die haben halt, ne, im zweiten Akt und jetzt auch in den ersten zwei Folgen vom dritten Akt sehr das Tempo rausgenommen und das merkt man hinten raus, dass man schon versucht hat, okay, wir haben jetzt so viele Sachen, wir müssen das irgendwie noch unterbringen und da muss ich sagen, Hut ab, dafür haben sie es gut hingekriegt, das ist ein schlüssiges Ende, aber ich hab mir auch gedacht, das hätte nicht geschadet, wenn man vielleicht, ne, diesen, diese, diese, dieses Paralleluniversum aus der, aus der siebten Folge vielleicht hätte kürzer machen können, um andere Sachen ein bisschen besser vorzubereiten und nicht, dass jetzt, also ich finde, Folge 8, die vorletzte war halt wirklich schon so, okay, wir machen jetzt zack, 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 ohne dass wirklich was passiert, weil passieren darf's dann ja erst im Finale. Ja, und das ist, es hat, die machen ja auch etwas, was mich bei, äh, Rings of Power Staffel 2 ein bisschen gestört hat, weil letztendlich steuert alles auf einen großen, bewaffneten Konflikt zu. Mhm. Und dann aber sehen wir, und der wird gut vorbereitet, wird gut eingeleitet und dann aber ist plötzlich, machen sie quasi so einen Zeitsprung und dann sind wir schon mittendrin im Konflikt, ohne dass wir dann gesehen haben, so, die fahren jetzt an, der Kampf beginnt und so weiter und so fort, sondern wir, wir sehen Leute bei, bei der Beratung und da kriegen wir so mini, so Flash-Forward-Clips, wo ich dachte, Moment, was soll das jetzt? Und dann plötzlich sind wir halt mitten im Getümmel mit Vi und, und dem ganzen Zeug. Und da dachte ich halt, warum, warum, das ist halt das zweite Mal, dass ich das in der Serie gesehen habe und auch noch innerhalb desselben Jahres, wo ich mir dachte, was ist das denn für ein komischer Trend? Ich fand auch, also auch wenn der Konflikt schlüssig erklärt wird, ich fand es ein bisschen faul, weil das ist ja so ein bisschen, es kommt eine dritte Partei, damit sich die beiden eigentlichen Konfliktparteien vereinen. Ich verstehe das schon, aber das Interessantere wäre eigentlich gewesen, wie können diese beiden Konfliktparteien, also die Oberstadt und die Unterstadt miteinander auskommen? Und so wird quasi relativ einfach gelöst zu sagen, ja gut, es gibt eine Bedrohung von außen, dann müssen sie halt zusammenarbeiten. Das funktioniert natürlich, aber ist jetzt nicht unbedingt das irgendwie Cleverste. Nee, nicht wirklich. Ich meine, so hat man das ja auch schon gesehen. Und es ist jetzt auch nicht super doll emotional tatsächlich, was das angeht. Ja, ich meine auch ganz am Ende der Staffel, da sieht man halt, ja, es ist immer noch so ein bisschen Zorn in der Luft, kann man sagen, aber wir, wir haben uns zusammengerauft und jetzt versuchen wir das hinzukriegen. Ja, aber letztendlich ist das trotzdem innerhalb des tatsächlichen Waffenkonflikts in der Folge ist das doch ein bisschen abrupt gelöst. Dafür gibt es halt wieder krasse Action, ne? Also muss ich sagen, hier werden dann wirklich nochmal alle, also Jinx darf irgendwie nochmal cool und crazy sein und die ganzen Fähigkeiten halt auch von Echo und den anderen, die werden echt alle nochmal so richtig schön zelebriert, gezeigt, visuell dargestellt, da liefert die Serie dann halt nochmal ab. Ja, es gibt einige schöne Character-Twists hier und dort, wie gesagt, einige habe ich kommen sehen, andere nicht. Es wird angemessen brutal, visuell ist das alles eine Bombe, auch vom Sound-Design her ganz, ganz großartig. Letztendlich halt, es ist jetzt gar keine jetzt gigantische Schlacht, sondern es ist ein angemessener Brawl, könnte man sagen, mit so gewissen Standout-Momenten, aber es ist halt nicht so jetzt, als würden sie da die ganze Stadt in Schutt und Asche legen, es konzentriert sich auf einen bestimmten Punkt und das ist, das ist fein soweit. Ich denke mal, die wollen jetzt auch nicht komplett einfach so und jetzt, jetzt legen wir hier wirklich alles auf, was geht, das war schon okay so und am Ende der Staffel deuten sie ja auch an, dass es so eigentlich noch nicht zu Ende ist und das ist, dass man sich halt denken kann, also entweder ist das eine Anspielung auf, so und der Konflikt, der wird jetzt überall da über die Spiele weitergetragen etc. Oder aber sie deuten halt an, wir kriegen halt weitere Geschichten in diesem Serien-Universum zu sehen. Voll, aber die kriegen es trotzdem gut hin, dass diese Geschichte abgeschlossen sich anfühlt. Also ich hatte nicht so das Gefühl nach dem Motto, ah nee, was, jetzt ist es irgendwie nur so ein halbkares Ende und es muss weitergehen. Also ich denke bei dem Erfolg, die werden irgendwas weitermachen, aber selbst sollte das nicht passieren, ist es ein runder Abschluss geworden. Ja, ich finde auch, halt die Charakterentscheidungen ergeben Sinn, auch wenn ich halt, auch wenn einige Leute mit einigen Sachen bestimmt nicht einverstanden sein werden, weil halt, ja, bestimmte Charaktere finden jetzt nicht unbedingt das glücklichste Ende, aber es wirkt sehr schlüssig innerhalb dieser Welt, innerhalb der Entwicklung dieser Figuren und es ist einfach alles sehr gut ausgeführt. Und es ist nochmal, finde ich, es wird nochmal viel deutlicher, also nicht, dass es bei der Serie nicht schon immer irgendwie da war, aber es ist eine unglaublich woke Serie im positiven Sinne. Also die ist unglaublich progressiv und man merkt ja auch im Finale, das sind ja abgesehen von Echo, eigentlich haben wir hier nur weibliche Figuren und zwar ganz selbstverständlich. Das ist super schön. Also man kann natürlich sagen, warum erwähnst du es noch, wenn es selbstverständlich ist, aber gerade in der aktuellen Zeit finde ich es nochmal wichtig, das zu erwähnen, weil wir wissen, was in den USA passiert ist. Ja, das stimmt und die Serie macht halt auch kein großes Buhai darum, sondern es ist halt einfach so, wie es ist. Ja. Und das, ja, und das ist halt wirklich das Schöne dabei und ich mochte es sehr gerne, wie sich hier einige Beziehungen noch festigen und bestimmte Leute auch natürlich auseinander gehen. Ich war vom letzten Shot kurz ein bisschen verwirrt, weil die Szene davor mir nicht schlüssig mitgeteilt hat, oh, die befinden sich da drin, okay, gut. Gut, weil ich jetzt dachte, das war ein bisschen, das war ein bisschen holprig, aber dann war es trotzdem gut und hier endlich, endlich, endlich in diesem Akt bringen sie auch das Piltover Musikthema zurück aus Staffel 1, wo ich mir dachte, es wird auch langsam Zeit und das erste Mal, wo wir es wirklich hören, ist mir auch aufgefallen, das ist eine ganz besondere Version, das ist nämlich dann, wenn Chase in der quasi schlimmen Zukunft ist und dann dieses große Panorama sieht von einer zerstörten Stadt und da ist es halt so eine Gruselversion und später kommt das Thema aber nochmal ein bisschen anders zurück. Aber das fand ich halt richtig gut, wo ich dachte, yay, also vom Score her haben sie sich hier nochmal ein bisschen gesteigert und es gibt wieder einige wirklich richtig gute Song Choices, von denen ich auch hoffe, dass sie die dann auch alle rausbringen, weil da würde es sich lohnen, glaube ich, noch ein bisschen tiefer zu graben beim Gesonderten anhören. Aber was nochmal aufgefallen ist, also es gab einen Popsong, was ja so eine, so eine, so eine, was war das denn, so eine Liebesballade oder sowas, da haben wir in der Echo und Powder ihren kleinen Cute Moment gehabt, aber sonst gab es nicht mehr so diese coolen, krassen Pop oder Rock oder Rap oder sonst was Songs, ne? Es gab bei Jinx großem Auftritt in der Schlacht, gab es einen und der ist aber auch ja teilweise als Source Song tatsächlich verwendet. Aber da ist, das ist zum Beispiel eine Ausnahme, ähm, aber es wird ansonsten nicht mehr so richtig irgendwie laut und deftig mit den Sachen. Hier sind die Action-Szenen entweder halt auf eine Art und Weise verlangsamt, wo dann auch so ein langsames Lead kommen kann, oder aber es wird auf traditionellen Score gesetzt. Aber das ist halt tatsächlich der Unterschied im Vergleich zu den ersten beiden Akten. Wie würdest du denn jetzt die zweite Staffel im Vergleich zur ersten sehen? Es ist halt die erste Staffel, die fand ich halt so als Gesamtpaket, das war jetzt so dieser große Überraschungseffekt für mich, wo ich dachte, meine Güte, was ist das hier? Und da war halt, und da gab es halt auch einige, ähm, ja, Zeitsprünge und so weiter und so fort, aber da, da war ich irgendwie, ich weiß nicht, da hat irgendwie alles so, so richtig gut geklickt. Und hier ist es einfach, wir führen das jetzt alles zu dem Ende und stellen aber auch noch ein paar neue Charaktere vor und so. Und ich fand halt zwar, äh, wie gesagt, ich war halt leider von dem Score enttäuscht über weite Strecken, weil sie da, ähm, nicht so oft so richtig loslegen, wie ich es mir halt erhofft hatte. Aber dafür ist hier so viel los zwischen den Figuren und es ist so viel Drama, in das man sich so richtig, in das man so richtig eintauchen kann. Und, ähm, es ist ein bisschen kompliziert erzählt hier und da, äh, am, am Schluss ist alles durchaus, ähm, ergibt alles Sinn und, äh, ist auch, äh, so dann schön anzusehen. Aber ich fand im Vergleich zur ersten Staffel hat es hier und da so ein paar, weiß nicht, kleine Längen und das liegt vielleicht dann an den individuellen Vorlieben der Zuschauern, äh, der Zuschauenden, was jetzt, wer, also welche Charaktere man jetzt besonders mag und welche einem vielleicht eher so ein bisschen egal sind. Und, äh, was das angeht, hatte, finde ich Staffel 2 so ein paar kleine, äh, Pacing-Hiccups. Aber das war wirklich, das war wirklich halt Mecker an auf hohem Niveau. Ja, das geht mir eh nicht. Also vielleicht kann man so ein bisschen sagen, weil es auf sehr hohem Niveau bin ich enttäuscht. Also, ne, ich finde im Vergleich zuerst, da kommt sie halt nicht ran, auch. Also ich fand die ersten drei Folgen dieser Staffel vielleicht am besten, müsste ich, glaube ich, nochmal überlegen, weil ich finde, gerade am Ende wird ja dieser, also das Spannende, fand ich, war eigentlich gerade diese Dynamik zwischen, äh, Jinx und Vi. Nicht, dass sie nicht da auch stattfindet, aber es wird immer mehr dieser, weiß ich nicht, metaphysische Ebene, mit dem Arcane als irgendwie kuriose macht. Und das ist ja auch irgendwas Essentielles, was auch cool aussieht. Aber das fand ich nicht so spannend wie diese Dynamik zwischen diesen beiden Charakteren und was dann halt für krasse emotionale, äh, ja, äh, Dinge daraus folgern. Und hier wird's dann halt, das ganz Große wird aufgemacht. Was, glaube ich, auch viele super cool finden können. Und auch da gibt's dann wieder einige beeindruckende Bilder und Szenerien. Aber das hat mich dann emotional nicht mehr so catcht, auch wenn im Finale dann natürlich nochmal in einigen Momenten zumindest emotional dann, emotional nochmal ein bisschen reingehauen wird. Ja, nee, ich kann dir da zustimmen. Äh, finde das absolut nachvollziehbar, ja. Das ist, äh, das ist gut gesagt. So ähnlich fühle ich vielleicht auch, aber ich bin auch noch so ein bisschen auf dem High, wo ich mir denke, äh, das ist, äh, es ist, das ist nach wie vor richtig cool. Voll. Und ich, ich, äh, freue mich, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir vielleicht noch irgendwie mehr sehen aus diesem Universum, mit dieser Animation von diesem Team. Das wär toll. Falls nicht, äh, irgendwas anderes wird dann schon irgendwie kommen. Äh, aber halt, das ist, äh, von wegen halt, äh, quit when you're ahead. Und, äh, wenn sie halt sich denken, so, das war jetzt so unser One and Done quasi, ähm, auch schön, dann ist es umso mehr noch irgendwie was, was wirklich Besonderes. Aber ich würd mich halt auch freuen, wenn's mehr gibt. Voll. Ich möchte, also ich find's, erst mal finde ich es ein Bold Move zu sagen, wir hören einfach noch zwei Staffeln aus. Finde ich, äh, Hut ab, finde ich mega gut. Ich finde gut, dass es jetzt nicht noch auf mehrere Staffeln irgendwie gestreckt wird und da man sagt, ja, was können wir noch etc. pp. machen. Das ist dann hier so ein schöner Abschluss. Und ich bin ganz, ich möchte auf jeden Fall mehr von diesem Studio sehen. Seien es jetzt halt irgendwie Sachen im League of Legends-Universum, aber ich würd einfach gerne einen Film sehen. Ich möchte sehen, was die im Film-Animation einfach raushauen. Weil das haben wir ja sowohl in der ersten Staffel als auch wieder in dieser Staffel gesehen, dass sie einfach mit allem spielen können und alles fantastisch inszenieren können. Und das außerhalb von der IP oder meinetwegen auch in einem Arcane-Film ist mir auch egal. Ich möchte einfach einen Film von denen sehen und dann im Kino von diesen Animationen weggeblasen werden. Als ich die erste Staffel gesehen habe, dachte ich mir, ich kenne eine Buchreihe, für die dieser Animationsstil perfekt wäre. Mhm. Und ich wünschte halt, die würden das vielleicht dann auch so als Netflix-Serie umsetzen. Sagen dir die Bücher die Klippenland-Chroniken etwas? Überhaupt nichts. Ah, okay, gut. Das erste Buch davon hieß Twig im Dunkelwald. Ähm, und das spielt in so einer sehr interessanten Fantasy-Welt, wo es halt auch gar keine, es gibt halt Humanoide, aber das sind halt auch nicht Menschen. Mhm. Und das sind einfach alles nur superschräge Figuren. Das sind auch alles unterschiedliche Pflanzen, unterschiedliche Tiere. Also es ist alles komplett anders. Und es fängt als vergleichsweise simple Story an und wird dann, also im ersten Buch noch, und im Prinzip ist das dann so eine Art Selbstfindungsgeschichte. Und dann entspannt sich das über mehrere Bücher, dann auch teilweise mit anderen Charakteren in so große politische Intrigen. Es gibt da Steampunk-Elemente. Wie gesagt, es gibt sehr viel Fantasy. Es geht ordentlich brutal zu. Und vor allem, die Bücher hatten zahlreiche, sehr, sehr detaillierte Zeichnungen. Und die sehen vom Charakterdesign, sehen die nicht unähnlich aus, wie das, was die hier in dieser Serie machen. Und wo ich mir dachte, wenn sich dieses Studio vielleicht in irgendein anderes Material wagt, dann würde ich sagen, dass die Klippenland-Chroniken echt perfekt dafür wären. Interessant, okay. Also ich bin da auf jeden Fall offen für alles, was die machen. Und wenn die da wieder die gleiche Energie, Zeit und Kreativität reinstecken, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ich meine, hier hat man, ich weiß gar nicht, wie es da hinter den Kulissen aussah, ich hoffe mal positiv, weil man hört ja aktuell gerade einiges da vom dritten Spider-Man-Film, dass da irgendwie kreative Differenzen und sowas gibt. Und beim zweiten gab es ja auch wirklich irgendwie Berichte von Crunch und sowas, dass da ganz viel gemacht worden ist. Das ist ja wirklich ätzend und daher habe ich zum Glück hier nichts gehört. Hoffen wir, dass da nichts rauskommt und dass da den Leuten genug Zeit gegeben wird. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schöne Abschlussworte eigentlich auch dafür, für die Gesamtsituation. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob wir uns vielleicht noch auf irgendwas freuen können. Und falls nicht, dann war das hier definitiv ein sehr interessanter und einnehmender Ritt. Und ich hoffe ganz doll, dass die Beteiligten alle den Praise noch weiterhin bekommen, den sie verdienen. Auf Twitter ist das jedenfalls nach wie vor der Renner, habe ich nachgeschaut, hat sehr viele Fans. Und das haben die hier, ja, sich hier absolut erarbeitet aus einem besonderen Grund. Weil es ist, es ist einfach gut. Und ja, diese Art von, diese Art von Story, äh, profitiert davon, dass sie in dieser Art auch animiert wurde. Total. Sehr schön. Also dann, wie fandet ihr diese Staffel? Äh, habt ihr sie überhaupt gesehen? Und, äh, wir haben ja auch wirklich ja nicht alles verraten, aber schon ein paar Kernelemente. Und wir hoffen ganz doll, dass, äh, falls ihr sie gesehen habt, dass sie euch genauso gefallen hat wie uns. Äh, wir freuen uns natürlich ganz doll auf euer Feedback. Schaut gerne in unsere zahlreichen Kritiken zu Filmen und Serien rein. Wir freuen uns immer darauf, wenn Leute uns sagen, wie toll sie uns finden oder wie doof sie unsere Meinung finden. Ganz egal, alles zählt, alles zählt. Wir können ja nicht jede Meinung abdecken. So oder so, danke fürs Zuhören. Ich bedanke mich ganz doll bei dir, Johannes, dass du diesen besonderen Weg nach Piltover mit mir beschritten hast. Jederzeit wieder. Sehr schön. Ich hoffe, es gibt ein Wieder irgendwann. So oder so, danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, Filme oder Serien werden professionell und leidenschaftlich besprochen von einer Gruppe von Fans beim Tele-Stammtisch. Bis dann und tschüss. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.